Unterhalten. Ja, ja, Leute, ich hab keine Lust mehr, ich geh jetzt. Lass uns ein bisschen minecraften. Jetzt sofort, okay. Good luck. Bis dann. Good luck. Könnt ihr die Metro hier nachbauen? Vergessen wir springen nicht gleich. Was, bis dann alle müssen stehen bleiben? Was, wie springen gleich? Springen, alle zwei Sekunden, aber hüpfen, dann ist man ein bisschen schneller. Ach so, ja, ja. Wir sind links. Bin rechts. Hintere Treppe hoch. Oder ne, vordere Treppe hoch. Okay. Wunsch, könnt nicht das Mikro heißen. Okay. Bin ich denn immer noch zu hören? Dann muss ich Voice Activation immer mal einstellen, oder das aus dem Mund nehmen, das Mikro. Wir laufen durch, Ronin. Jo. Go, go, go. Ja. Sind dran. Die nehmen schon einen. Krass. Wer hat von rechts beschossen. Ja, die sind bei den Automaten. Automate ist weg. Verdammt, hab die nicht bekommen. Hm, Teamkill. Sauber. Immer noch von rechts. Bin tot. Ein paar Kappen aus einer. Oh. Hallo, ja. Immer noch, rechts. Links, sind die auch? Ist, äh, langen Gang drin. Aber ja, ne. Nein. Kein Ding. Jo. Ah. Sauber, man ist komplett beim Leben. Da lassen wir nur beim Leben bleiben. Heil. Bin wir noch am Automaten. Ja. Ganz hinten. An den hinteren Treppen. Passt auf unseren Rücken auf. Bin hinten durch. Beziehungsweise rechts im Gang durch. Okay. Nimm da, steck mich. Nimm da, steck mich. Nimm da, steck mich. Nimm da, steck mich. Ah, ich hab die Waffe nicht wechseln können. Gehen wieder zum Automaten. Ich bin jetzt mal vorne. Wir müssen die vordere Treppe zumachen. Ich hab deine erste Hilfe. Guck mal, dass wir bis zum Fahrkartenhäuschen kommen. Wir sind rechts, rechts, rechts. Kommen sie durch den Gang auf, ne? Jo. Und rechte Seite noch decken. Außer Granater. Links ist jetzt wieder ungedeckter Reich. Ich bin grad drüber. Ja. Da bügel ich. Sind rechts wieder drin. Ich hab einen. Hab einen. Wir sind nur noch rechts. Niederhaltung. Okay. Fast. Na ja. Sollten alle draußen sein. Gut. Gehen wir wieder ein Stück vor. Dann gucken wir, dass wir die rechte Seite und die linke, rechte Seite und linke abdecken. Meins rechts. Links bitte. Ja. Links kommen wir rein. Links kommen wir rein. Links kommen wir rein. Rechts. Oh, rechts zwei Mann. Rechts hab ich einen. Oh, ich hab ne Granate ins Fahrkartenhäuschen geschmissen. Vorsicht. Hier ist dein Medikin. Hier ist dein Medikin. Hier ist dein Medikin. Ich drin. Okay. Ich decke mal links ab. Achtung. Ich bin wieder. Ich bin wieder rechts. Ja. Ich bin wieder rechts. Ich bin positioniert. Oh, sorry. Ich muss dich auch nicht schießen. Okay. Geradeaus ist einer reingekommen und ist links hinten. Okay. Bin down. Im Fahrkartenhäuschen. Ist das schlecht, wenn du da reingest. Ja. Ich sehe dein Medikin. Vorsicht. Ja. Ich sehe dein Medikin. Vorsicht. Okay, zum Wasser. Ist gut zu gehen. Ähm. Ich hab schwarzen Bildschirm. Hä? Links ist noch safe. Bin kurz. Rechts auch. Bin wieder da. Na das denn. Einer muss vorne drücken von unseren Leuten bitte. Dann kommen sie uns von vornherein. 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 Kein Problem. Dann gehen beide lang. Rechts auch alles für schwarzen Bildschirm. Ja. Ja. Hatte. Habte gesagt du wieder da. Okay. Links vorne. Für uns nächsten. Ja. Achtung. Achtung. Komm rein. In den Fahrkartenhäuschen. Ja. Find down. Find down. Einer von vorn. Gerade Mitte. Doch einer. Liegt doch aber drinnen. Ich hab' den Fahrkarten. Achtung. Wenn du nicht steigst. Da kann ich doch nichts hören. Roni kannst du bei irgendwerm spawnen gleich? Ja aber irgendwern. Fahrkartenhäuschen. Achtung. Oh ich bin tot. Warum sterbt die alle da? Fahrkartenhäuschen. Da ist ein rechte Seite, feier doch. Ich bin grad nicht rechts. Piedros hat mich erwischt. Sorry. Hilfe! Hier ist dein Medikament! Hey, hier ist die Munition! Bungen liegen vielleicht. Vorne und links wieder abdecken. Da ist deine erste Hilfe, hol sie dir. Oh. Verwünschtig, guckst du nach vorne, ja? Ja. Aber ich bin mit einer AEK zugackt. Kommen wir dann von links? Jo, haben wir euch rechts. Noch einer oder zwei. Ah. Hier sind beide weg. Leer, direkt vor uns. Sauber. Hab ich. Schön. Hier ist dein Medikament! Geradezu ist einer rein und nach rechts gelaufen. Äh, steht nix. Gerade ist einer und hat mich. Bitte nicht mich retz. Oh, ist deine Muni, ja? Wieso? Was? Nein. Alles gut. Links raus, links raus, links raus. Ja, decken ab. Gucken wir mal was sie machen, die müssen dann gleich rein rein. Komm. Einen weg. Drei weg, einer ist noch da. Vier weg. Hab ich. Habt ihr noch Munition? Die Reden sind weg. Mitte. Ja. Hab dich vor. Zwei Mann sind rechts durch, einen hab ich. Einer müsste noch sein. Nein. Hmhm. Nicht hat er recht. Ey, ich bin in voraus. Ich hab den. Oh, Rauchkommel. Du zur Mitte ohne ihn, dann guck ich nach links. Hab einen. Ich decke gerade links ab, bin immer noch rechts. Alles klar, die kommen durch die Mitte, die wollen nicht weiter. Die müssen nachladen, rechts könnte was wiederbelebt werden. Ja ne, guckst du mal gut. Ich bin da. Ist drin, ist drin im Laden. Ah, hat mich auch. Mitte sind zwei, drei. Aua, der hat mich. Danke. Rechts ist einer. Steht vorne nicht. Aua, bin tot, der ist immer noch rechts. Läuft jetzt hinter. In dem Schaukel. Ne, läuft wieder. Aua, hat mich. Aua. Kartenhäuschen, Kartenhäuschen. Fahrkartenhäuschen ist da ein. Hab sie, hab sie. Ich seh nix. Verliegung. Hab dich jetzt auch erwischt. Ist noch einer vorm Fahrkartenhäuschen. Fahrkartenhäuschen. Einer ist rechts. Mach mich durch. Einer rein. Einer ist drin. Er hat mich gemessert, ich war gerade am Widerbeleben. Ach, Mann. Einer hab ich erschossen. Locker, locker, locker. Alles im Griff. Sterben wollen. Bin tot. Gut. Na, ich auch. Ärgerlich. Geht mir doch. Danke. Ja. Seite. Komm, rechte Seite. Aua. So. Dünner Headshot. Ja, aber gut. Hab zwei im Fahrkartenhäuschen getötet. Links vor uns ist was, Ronin. Ja, die sind immer noch im Fahrkartenhäuschen. Ja, möglich. Da kommt keiner rein bei euch. Da kommt keiner rein bei euch. Den alle vorm Fahrkartenhäuschen. Da kommt keiner rein bei euch. Da kommt keiner rein bei euch. Ich muss aufhören. Noch einer. Ich hab keine ammo. Wo ist ammo? Fahrkartenhäuschen, warte. Oh, hier ist einer durch. Hab ich, hab ich. Passt doch. Komm mal zu dir, Kitsi. Ah, da ist ammo. Wir haben linke Seite. Linke und vorne haben wir rein. Ah, rechte Seite. Scheiße. Komm wieder in den Laden politisch. Komm wieder an linke Seite. Ja, Mann. Kannst du die ammo wieder extra Kartenhäuschen reinlegen? Ja, sofort. Rechts ist was. Links, linke Seite. Rauchen wieder zu. Du hast echt den Arsch gerettet. Muni, Muni ist wieder drin. Die kommen gleich, die kommen gleich. Ja, ich sehe schon einen. Einer weg. Links ist noch einer, links ist noch einer. Der liegt, Ronin. Ja. Wir sind zu zweit, die retten sich. Beide tot. Nicht gerade gucken, wie... Ich komme nicht retten. Ich hab'n. Danke. Ich muss nachladen, rechts. Virus, guckst du mal kurz rechts? Bin auch rechts schon. Ich müsste aber noch was rein. Oh, drei, vier Mann, drei, vier Mann. Rechts gerade, wird nicht was los? Ja, gerade reinhauen. Nimmst es nichts, es ist safe. Mitte rechts. Mitte mit der Wabern. Wer ist der Tor? Rechts ist auf jeden Fall noch was. Ja, was? Vorne wieder. Mein Laden. Oder rechts steht einer. Wartet. Und da rechts. Jo. Wir lassen noch keine Kameraden hier liegen. Sorry, Ronin. Hier drüben ist deine erste Hände. Danke. Ah, rechts hat mich wieder... Jetzt küssen das wieder hoch. Hier wiederbleiben. Ich gefeuerschützt. Wieder drei, vier Mann stehen da drüben. Hm. Sind wir da durch? Ronin, wo war der? Den hab ich erst tot, der rumgekommen. Da hab ich den mal durch. Der war im Laden. Er braucht neue Ammo, die ist weg gerade. Er ist gerade in seiner Ronin. Ja, hab ich gerade mal kurz rechts gelegt hier, weil wir auch nichts mehr haben. Ja. Sind zwei Stück im Laden. Hallo. Rechts, ich bin down. Ich stecke rechts mit ab gerade. Von links, links kommen sich zwei Leute. Von links, links kommen sich zwei Leute. Ab rein. Einer ist durch. Dener nimm mal weg am Rauch. Ohne kurz nicht sterben für zwei Bekunden. Gib mir Mühe. Den auf C hab ich. Den auf C hab ich. B ist einer, da ist einer durch. Oha, B, ja, rechts. Hab ich nur angeschlossen, ich geh unten lang. Gehst du unten lang? Ne, der redet nicht gern mit uns. Ich hab da nichts zu sagen. An weniger Worte. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Ja, Ron, bei 24 würde ich auch nix machen. Ja. Linke Seite wieder dicht. Vorne ist wieder Rauch. Mitte ist was, neue Ammo bitte. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Link. Was? Du hast doch falsche Posen. Bitte kommt einer durch zum Parkkartenhäuschen. Zwei. Ja, einer durch. Einer durch. Einer durch. Einer im ersten Laden, link. Ohne, du stehst auf der Granate. Ja, ich weiß, da kommt grad einer. Twinkie. Ja, einer rechts hat er mich. Linke Seite. Ja, der ist hin. Der ist hinten am Parkkartenhäuschen. Oh der ist hinten am Parkkartenhäuschen. Ah doch, der ist hinten am Parkkartenhäuschen. Sind tot. links und rechts glaube ich habe keine ammo mehr der muss schon im fahrgartenhäuschen mitkommen weg einfach hin weg unten hin oder dahin wo du bist um an der flagge an der flagge ja da mal toll ich bin nicht tot hätte ich einen Muni gehabt dann würde ich alle weg machen